hallo und herzlich willkommen zurück hier auf mein kanal heute wieder eine neue map für euch und zwar gucken wir uns das gute stück hier einmal an wo das ganze sich befindet ja es befindet sich hier und ja hier habt ihr auf jeden fall einen neuen tower ja und hier können wir auch reingehen hier können wir was hinstellen unsere wahl natürlich und ja genau was hat sich sonst noch geändert ja wenn man das von außen mal so betrachten sieht das ganze auch schöne aus würde ich sagen und oben haben wir natürlich noch so funk masten ja die sind jetzt auch neu genau sonst haben wir hier noch glaube ich eine satellitenschüssel ja hier ich weiß nicht ob die schon standard vorher da war oder jetzt erst aber es sieht auf jeden fall schöner aus genau gut dann würde ich sagen können wir auch direkt zur installation link findet ihr wie immer unten in der video beschreibung einfach herunterladen und einmal auspacken dann haben wir diesen schönen ordner hier und hier kopieren wir uns den namen raus gehen anschließend hier den resources ordner und dann gehen wir einfach ziehen wir diesen ordner hier in den resource ordner und dann gehen wir zurück gehen in die server cfg und in der server cfg müssen wir das ganze noch mit in search und dann leerzeichen und dann den kopierten ordner hier einfach eintragen dann müssen wir das ganze hier noch speichern übernehmen und den server neu starten somit haben wir die map jetzt erfolgreich installiert und ja ihr habt was schönes gut leute das soll es auch schon wieder gewesen sein falls euch das video zugesagt haben sollte dann lasst doch hier meinen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und ciao und dann